Hallo und willkommen zu unserem Kurzguide zur Nebenmission 41 in Dragon Quest XI, ein Stück vom Himmel. Diesen bekommt ihr vom Sternenkundigen auf dem Rundgang in Galopolis, hier oben auf dieser erhöhten Empore. Und zwar nach eurer Rückkehr nach Galopolis, nach den großen Ereignissen um den Weltenbaum Iktrasil in der Mitte des Spiels. Und zusätzlich müsst ihr, wenn ihr hier nach Galopolis zurückkehrt, den Storystrang, der hier stattfindet. Müsste ihr den beendet haben. Und der Sternenkundige möchte, dass er ihm ein Stück von Edwins Sternen bringt. Und wo ihr dieses Stück findet, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Wir stehen jetzt im Umland von Galopolis und zwar ganz im Norden auf der hochgefährlichen Halbinsel in der Spitze. Und dort sehen wir auch schon das gelbe Funkeln. Und das ist dann auch den Sternensplitter, den wir suchen. Und damit geht es direkt zurück in die Stadt. Zurück beim Questgeber geben wir ihm natürlich den Sternensplitter. Und bekommen als Belohnung von ihm drei Achrate der Evolution. Und damit hätten wir auch neben Mission 41 von Dragon Quest XI abgeschlossen. Eine Verrückung Vielen Dank.